Rückläufige Betrachtungen ändern nichts an der Gegenwart. Den Entscheidungen zur Zukunft können sie aber als Lehre dienen. Dazu gehören auch die 58 Tage vom Überreichen des Entwurfs des Versailler Vertrages, der fast ausschließlich ohne deutsche Beteiligung erstellt worden war, vom 7. Mai 1919 bis zur erzwungenen Unterzeichnung am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Schlosses Versailles bei Paris. Zeit und Ort waren von den Siegermächten bewusst ausgewählt worden. Der 7. Mai war der vierte Jahrestag der Versenkung des britischen Schiffes Lusitania durch das deutsche U-Boot U-20. Der 28. Juni die fünfjährige Wiederkehr des Attentats auf das österreichische Thronfolgerpaar in Sarajevo durch den serbischen Studenten Gavrilo Princip. Und der Spiegelsaal war der Ort, in dem 48 Jahre zuvor das Zweite Deutsche Reich, das Bismarckreich, gegründet worden war. Seit diesem 7. Mai 1919 war in Deutschland ein Sturm der Entrüstung losgebrochen, der sich durch alle Schichten und bis auf die USPD und den Kommunisten durch alle Parteien zog. Die übereinstimmende Losung lautete, Zitat, Doch mit allen diesen scharfen, ablehnenden Aussagen der führenden Politiker der Weimarer Republik hatte sich die stark unter außenpolitisch Druck stehende Reichsregierung jetzt auch einen ungeheuren innenpolitischen Verpflichtungszwang zugelegt. Denn seit dem 7. Mai ging es nur noch um eine Frage. Unterzeichnung oder Ablehnung? Über die Tage von diesem 7. Mai bis zur Unterzeichnung des Vertrages am 28. Juni berichtet das Video Deutschlands Weg nach Versailles, 7.05. bis 28.06.1919. Darin wird auf das Für und Wiedereingegangen. Für die Unterzeichnung gab es mindestens genauso viele Gründe wie für die Nichtunterzeichnung. Denn es war ja nicht etwa so, dass die westlichen Staaten, die sich als blütenreine Demokratien geriert hatten, inzwischen als große Vorbilder gesehen wurden. Dafür hatten sie sich samt und sonders durch ihre falschen Versprechungen, die hasserfüllte Durchsetzung ihrer Forderungen, die völkerrechtswidrige Aufrechterhaltung der britischen Nordseeblockade, dazu die andauernden Drohungen gegenüber dem geschlagenen Deutschland, namentlich aus Paris, für die Mehrzahl der Deutschen als unbrauchbar zur Nachahmung empfohlen. Wie bekannt, trotz aller Lippenbekenntnisse der Politiker, wurde der Versailler Vertrag am 28. Juni 1919 unterzeichnet. Damit hatte sich der Chef der Waffenstillstandskommission, der schon sehr frühe Befürworter der Unterzeichnung, der Württemberger Matthias Erzberger, ein ehemaliger Lehrer, durchgesetzt. Erzberger wurde danach am 21. Juni Finanzminister im Kabinett des Reichskanzlers Bauer von der SPD. In dieser Funktion zentralisierte er die Steuereinnahmen und führte das sogenannte Reichsnotopfer ein, eine umstrittene wirtschaftsschädliche, progressive Steuer, die bis zu 65% Abgabepflicht enthielt. Sein größter Kritiker war der Wirtschaftswissenschaftler, Bankier und Politiker Karl Helferich. In einer Broschüre mit dem Titel »Fort mit Erzberger« hatte er Erzberger 1919 eine »Unsaubere Vermischung politischer Tätigkeit und eigener Geldinteressen« vorgeworfen. Der von Erzberger angestrengte Prozess im März 1919 wegen Beleidigung endete mit einer geringen Geldstrafe für Helferich, worauf Erzberger am gleichen Tag zurücktrat. Die auch weiterhin von rechts kommenden sehr scharfen Angriffe, darunter ein Attentat am 26. Januar 1920, führte am 26. August 1921 zur Ermordung dieses Zentrum-Politikers durch die beiden ehemaligen Marineoffiziere Heinrich Tillissen und Heinrich Schulz, die sich dann ins Ausland absetzen konnten, im Dritten Reich quasi rehabilitiert und erst nach 1945 vor Gericht gestellt, aber trotz eines hohen Urteils relativ schnell in die Bewährung entlassen wurden. Beide Bilder stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dieser Einführung ins Thema nun zu einem Vorgang, der meist bei der Betrachtung der 58 Tage bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrages ausgeklammert wird. Es handelte sich um einen Plan, der bis in die höchsten deutschen Armeestellen in Erwägung gezogen worden war, der aber durch einflussreiche Vertreter im Kabinett Bauer, in der Deutschen Zentrumspartei, der des politischen Katholizismus unter Matthias Erzberger und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands SPD unter Hermann Müller nicht zur Ausführung gekommen ist. Zitat Zitat Ende In den Ostgebieten, in denen damals noch rund 350.000 kampferprobte Soldaten zur Verfügung gestanden haben, die binnen weniger Tage durch Hunderttausende von Freiwilligen aus den anderen deutschen Staaten unterstützt worden wären, sollte dann ein sogenannter Oststaat gegründet werden. Internet-Erklärung, ein Oststaat wäre gegründet worden, um die Ländereien der ostelbischen Großgrundbesitzer dem Deutschen Reich trotz der Unabhängigkeit Polens 1918 zu sichern, beweist eine Negierung der damaligen Verhältnisse. Denn wenn es auch heute vielen schwerfällt, ein Motiv nicht nur unter dem Blickwinkel des Geschäftemachens zu sehen, so spielte doch die Ehre der Nation, nicht nur in Deutschland, eine enorm wichtige Rolle, die zu so vielen uns heute nicht immer nachvollziehbaren Ereignissen geführt hat. Der geplante Oststaat, bereits im Dezember 1918 angedacht von Adolf Tortilowitsch von Batoki-Friebe, hätte bestanden aus Ostpreußen und Westpreußen, sowie dem Netze-Distrikt, benannt nach dem sich durch vier Kreise ziehenden Fluss Netze, ergänzt durch die preußische Provinz Posen und Schlesien. Aus diesem Oststaat wollte man den offenen und verdeckten Abnutzungskrieg gegen die Entente führen. Darüber hinaus sollte dieser Bundesstaat, losgelöst von diplomatischen Verpflichtungen, dem polnischen Expansionstrang nach Westen Einhalt gebieten. Es war eine Gruppe um den preußischen Kriegsminister General Reinhardt, jüngere Offiziere in Reichswehr- und Freikorpsverbänden, aber auch enttäuschte Arbeiter, Bauern und Studenten, alle durchaus mit revolutionärem Gedankengut, die jetzt nach Sowjetrussland blickten, neben Deutschland, dem zweiten großen Verlierer des Ersten Weltkrieges. Für diese deutsche Gruppe war das, was hinter der von den Staatsmännern der kapitalistischen westlichen Siegermächte in Versailles gebetsmühlenartig wiederholten Formel, Zitat, Demokratie und Völkerverständigung, Zitat Ende, steckte, lediglich die endgültige Etablierung des ausschließlich auf Profit ausgerichteten Kapitalismus und die kapitalistische Ausbeutung der unterdrückten Klasse der Völker. Damit, so die Ansicht der Gruppe, wollten die westlichen Siegermächte ihre im Versailler Vertrag festgeschriebenen Forderungen vor dem deutschen Aufstand sichern. Denn der Entente waren die sozialistischen Aufstandsversuche in Deutschland, die für Monate zu einem Bürgerkrieg geführt hatten, noch deutlich vor Augen. Und sie fürchteten, wie schon 2000 Jahre zuvor die Römer, den jederzeit wieder ausbrechen können Furoi Teutonicus, die teutonische Angriffslust. Ein weiterer Beweggrund für die Gedankenspiele für ein Zusammengehen mit Sowjetrussland gegen Versailles waren die immer stärker werdenden Aggressionen Polens nach Osten wie nach Westen. Polen war erst am 5. November 1916 mit Hilfe Deutschlands als Staat wiedererstanden. Zuerst als Regentschaftskönigreich Polen, dann mit Deutschlands Niederlage ab dem 11. November 1918 zur Zweiten Polnischen Republik. Jetzt herrschte dort der diktatorisch regierende Jozef Klemens Pilsudski, dessen Politik unverhohlen auf polnische Expansion nach Osten zielte, sich also gegen die Sowjetunion wandte. Diese aggressive Expansionspolitik führte unter anderem zum polnisch-sowjetischen Krieg, der vom 14. Februar 1919 bis 18. März 1921 dauerte. Einer der stärksten Gegner Pilsudskys, man kann sogar von einer erbitterten Feindschaft sprechen, war Roman Dmolski, der Führer der nationalistischen, konservativen und antisemitischen Nationaldemokraten Polens. Bereits am 8. Oktober 1918 hatte er vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson die Angliederung Posens, Westpreußens, Oberschlesiens, einiger mittelschlesischer Bezirke, ja, sogar Ostpreußens an Polen verlangt. Und auch die Reden seiner Kollegen, darunter die als fünfte Kolonne Polens im Deutschen Reichstag sitzenden Abgeordneten. Der polnische Priester Anton Stichel sowie der wendige polnische Journalist Adalbert Korfanti, der sich nach dem November 1918 als erstes mit dem polnischen Vornamen Wojcic geschmückt hatte, bewiesen eindeutig Polens Absicht, notfalls auch gewaltsam angebliche polnische Gebietsansprüche gegenüber Deutschland durchzusetzen, die weit über den Punkt 13, der am 8. Januar 1918 vom US-Präsidenten Wilson verkündeten, 14 Punkte für die, Zitat, Errichtung eines unabhängigen polnischen Staates unter Einschluss aller Gebiete mit unzweifelhaft polnischer Bevölkerung und mit freiem Zugang zur See. Da die von mir früher angesprochene deutsche Gruppe davon ausging, dass die Siegermächte den Forderungen der nach westlicher Expansion strebenden nationalistischen polnischen Vertretern nicht entschieden genug entgegentreten, sondern diese auch noch darin bestärken würden, zum Teil in entweder naiver geschichtlicher Unkenntnis oder absichtlich, fassen Sie den Plan, Zusammenschluss mit Sowjetrussland und revolutionärer Kampf gegen Polen, die Tschechoslowakei und dem Sie unterstützenden Westen. Ein Bündnis mit Russland, hier die Karte von 1922, so beurteilten Sie die Lage, gebe Ihnen die Weite, in der sich jeder Angriff totlaufen würde. Auch an Waffen und Kriegsmaterial hätte es nicht gefehlt. Schließlich war es für Sie auch belanglos, ob Sie unter der schwarz-weiß-roten oder der roten Fahne kämpfen würden, denn Sie zweifelten nicht daran, dass Deutschland eben doch Deutschland geblieben wäre. Versetzt man sich jetzt 50 Jahre weiter, in das Jahr 1969, und blickt man in die DDR, so müssen auch Kritiker des dort bis 1989 praktizierten politischen Systems zugeben, dass dieser sozialistische Staat auf deutschem Boden trotz der Anwesenheit Hunderttausender von sowjetischen Besatzungstruppen durchaus ein durch und durch deutscher Staat war. Ist man nicht bereit, das anzuerkennen, darf man sich nicht wundern, wenn andere die alte BRD als den 51. Staat der USA sehen. Was nur die Gruppe 50 Jahre früher betraf, waren Ihnen auch bewusst, dass ein Revolutionskrieg Seite an Seite mit Sowjetrussland und gegen den Westen die äußere Einheit des Deutschen Reiches zerrissen hätte. Hier die Karte Deutschlands nach den Gebietsverlusten durch den Versailler Vertrag. Die Entente-Mächte, vor allem französische und belgische Truppen, wären in Deutschland einmarschiert. Altehrwürdige Städte wären zum Kriegsgebiet geworden. Hunderttausende wären gefallen oder verhungert, da die völkerrechtswidrige und ausschließlich gegen die Bevölkerung gerichtete Nordseeblockade Großbritanniens, die erst am 12. Juli 1919, zwei Wochen nach Unterzeichnung des Versailler Vertrages, sofort wieder aufgenommen worden wäre. Daher lehnten sie den von der militärischen deutschen Führung anfangs theoretisch ins Auge gefassten Plan ab, sich bei Ablehnung des Vertrages den von Westen her nach Deutschland einmarschierenden Truppen entgegenzustellen, dabei die oben geschilderte Konsequenzen im Auge haben. Was diesen Plan betraf, hatte dazu am Abend des 17. Juni, am Sitz der obersten Heeresleitung in Kollberg, die entscheidende Aussprache zwischen dem Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und seinem Generalquartiermeister, General Wilhelm Gröner, stattgefunden. Gröner, der Zahlmeistersohn aus dem schwäbischen Ludwigsburg, war strategisch und organisatorisch hochbegabt. Ihm besehlte auch, was der große preußische Militärtheoretiker, der General von Clausewitz, von jedem Offizier fordert, nämlich, Zitat, seelischen Hunger nach Ruhm und Ehre. Zitat Ende. Aber in letzter Konsequenz fehlte auch Gröner der Mut, um letztendlich zu einem deutschen Napoleon der revolutionären Bewegung nach 1918 zu werden. Das zeigte auch seine vor dem Gespräch mit Hindenburg niedergelegte Denkschrift zur Wiederaufnahme des Kampfes. Hier daraus das Wichtigste. Deutschland verfügt zur Zeit über etwa 350.000 einsatzbereite Soldaten. Sie genügen, um Polen niederzuwerfen. Sie sind nicht imstande, den Vormarsch der Autortmillionen aufzuhalten. Bestimmte Kreise, die dem Widerstandszentrum um General Reinhardt nahestehen, tragen sich mit dem Gedanken, gemeinsam mit Sowjetrussland den Kampf gegen die Entente aufnehmen zu können. Ein solches Bündnis erfordert äußerste Folgerichtigkeit. Revolutionäre Kampfesführung, rote Fahnen über die preußischen Armee. Missliegt der Kampf, ist das Schicksal des Reiches besiegelt. Endgültige Antworten gibt es nicht. Die nüchterne realpolitische Beurteilung der Gesamtlage zwingt jedoch zur Erkenntnis, dass die Geschichte eines Volkes Abschnitte kennt, in denen die Selbstopferung für das Gebot der Ehre dem Selbstmord bleicht, während die Selbsterhaltung zur höchsten geschichtlichen Notwendigkeit wird. Zitat Ende. Hindenburg hatte Gröners Ausführungen schweigend angehört. Seine im Anschluss eingebrachten Einwände waren von Gröners klarer Beweisführung widerlegt worden. Dann hatte sich Hindenburg in sein Arbeitszimmer zurückgezogen und spät in der Nacht seinen Entschluss zu Papier gebracht. Wir sind bei Wiederaufnahme der Feindseligkeiten militärisch in der Lage, im Osten die Provinz Posen zurückzuerobern und unsere Grenzen zu halten. Im Westen können wir bei einem ernsten Angriff unserer Gegner angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit der Autor und deren Möglichkeiten, uns auf beiden Flügeln zu umfassen, kaum auf Erfolg rechnen. Ein günstiger Ausgang der Gesamtoperation ist daher sehr fraglich, aber ich muss als Soldat den ehrenvollen Untergang einem schmählichen Frieden vorziehen. Zitat Ende. Hindenburg war zu diesem Zeitpunkt bereits 72 Jahre alt. Er hatte drei Kaisern gedient, war im Ersten Weltkrieg und in der Revolution zur bewahrenden Kraft geworden. Er hatte 1866 im Deutschen Krieg in der Schlacht von König Rez gegen Österreicher gekämpft, 1870 gegen Franzosen bei Sedan, 1914 in der siegreichen Schlacht gegen Russen bei Tannenberg und in der Kaiserschlacht im März 1918 gegen die Truppen der halben Welt. Sein Leben war Sieg, Größe und Aufstieg gewesen. Der 9. November 1918 aber hatte ihm die Kehrseite des Ruhmes gezeigt. Was den Greißen Feldmarschall noch hielt, war sein gläubiges Gottesbekenntnis und eine fast kindhafte Fremdigkeit. Er war sich sicher, dass Gott die Deutschen nicht untergehen lassen würde. Ein Versuch aber, wieder alle berechnende Vernunft, der an Selbstmord grenzte, ein Spiel mit der roten Flamme der Revolution, die vor einem halben Jahr die Monarchie zerschmettert hatte, wäre für ihn Versuchung und Herausforderung Gottes gewesen. Daher auch sein in Wirklichkeit nicht eindeutiges Votum. Nach den Ablehnern nun ein Blick auf die Befürworter. Das waren neben dem Stabschef des Armee-Oberkommando Süd des Grenzschutzes Ost, General Fritz von Losberg, dem General Otto von Below, kommandierter General des 17. Armeekorps in Danzig, dem Vorgänger von Gröner, der Stabschef des Armee-Oberkommandos Nord im Grenzschutz Ost, Oberst Wilhelm Haie, vielen Freikorpsführern, sowie dem Oberpräsidenten von Ostpreußen, August Linig, schließlich kein geringerer als Preußens Kriegsminister Reinhardt. Er war Württemberger wie Gröner. Beide waren Jugendgefährten gewesen. An militärischer Begabung kam Herr Gröner zumindest gleich. Jetzt standen sie sich in erbitterter Feindschaft gegenüber. Denn General Reinhardt dachte, Zitat, preußischer als sein Gegenüber, Zitat Ende. Er hätte sogar den Zerfall der äußeren Reichsordnung in Kauf genommen, wenn damit die innere Selbstbehauptung gerettet werden würde. Jede Abtrennung Bayerns oder West- und Süddeutschlands, so die Ansicht, würde nur vorübergehende Bedeutung haben. Aus dem Oststaat heraus wollte er dann die Wiedereroberung vornehmen. Und zu was eine Revolutionsarmee im Stande war, hatten andere gezeigt, die in Russland unter dem Format der Roten Armee Lev Davidovich Bronstein, der sie ab 1902 Leo Trotz genannte, hier 1917 mit deutschen Offizieren in Brest-Litovsk, und die Revolutionsarmee des türkischen Generals Mustafa Kemal Atatürk. Mit der Rückeroberung eingehend sollte der Neuaufbau des Staates, der Wirtschaft und der Armee mit den modernen Erfordernissen des sozialen Nationalstaates vollzogen werden. Doch General Gröner wollte kein Risiko eingehen. Er gewann Reichswehrminister Noske für die Unterzeichnung. Dann versammelte er im Namen der Regierung Bauer die zivilen Oberpräsidenten der preußischen Provinzen und teilte ihnen die Entscheidung mit. Dann wurden die Generale informiert. Sie vernahmen mit zusammengebissenen Zähnen die Entscheidung der SPD-Regierung. Sie schwiegen. An Gehorsam gewöhnt, zu Gehorsam erzogen, wurden sie nicht zu Rebellen. Zwar warteten sie auf die Tat eines Jörg von Wartenburg, der am 30. Dezember 1812 mit der Konvention von Taurocken die Neutralisation preußischer Verbände, bisher Napoleon, im Russland-Feldzug unterstellt, eigenmächtig unterzeichnet hatte und sich auch nicht durch großzügigste Bestechungsversuche des Korsen hatte abbringen lassen. Kurze Zeit später hatte sich Preußen Russland im Kampf gegen den größenwahnsinnigen Korsen angeschlossen. Aber eine solche Tat unterblieb. Keiner der Generale machten den Anfang. Jeder hing noch an Gesetzen und Traditionen, an Rücksichten und Erwägungen. Am 23. Juni nahm das Weimarer Parlament den Entwurf des von den Siegern genannten Friedensvertrages von Versailles an. Am 28. Juni 1919 unterschrieben unter Protest Reichsaußenminister Hermann Müller von der SPD und Verkehrsminister Johannes Bell vom Zentrum. Am 3. Oktober 2010 nach 91 Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland die letzte Rate in Höhe von 56 Millionen Euro gezahlt. Das ist aber der Plan des revolutionären Kampfes gegen den Westen, der nach Ansicht der Protagonisten lediglich den Kapitalismus als Antwort auf die nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland neu beginnende Zeit vertreten und durchgesetzt hatten, war der keineswegs beendigt worden. Denn in dem Vertrag von Rapallo abgeschlossen zwischen dem herausragenden deutschen Außenminister Walter Rathenau und dem russischen Kollegen Georgi Vasiljevich Tschetscherin wurde die Wiederherstellung eines gut nachbarschaftlichen Verhältnisses beschlossen, darüber hinaus die Wiederaufnahme diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen und Verzicht auf die Rechte aus den Verträgen von Brest-Litovsk und Versailles. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk war der Vertrag zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn mit Russland nach dessen Niederlage. Schließlich entstand angeregt durch den Chef der deutschen Heeresleitung General Hans von Seegt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Reichswehr und der von Trotzki aufgebauten Roten Armee. Die deutsche Rüstungsindustrie entwickelte in der Sowjetunion Flugzeuge, Panzerwagen und chemische Kampfstoffe. Darüber hinaus wurde ein von beiden Armeen zunächst nur als ein taktisch gemeintes, sich im Laufe der Zeit aber immer mehr verflechtenes Bündnis zwischen den beiden Generalstäben etabliert. Bereits 1923 hatte nach Übereinkunft mit den beiden Stäben die Dessauer Flugzeugfabrik von Hugo Junkers, die gemäß der Versailler Bestimmungen in Deutschland auf dem Bau von Verkehrsflugzeugen beschränkt worden war, in Moskau eine Versuchsstation für Jagd- und Bombenflugzeuge errichtet. Und während 1929 in Deutschland die Bürgerkriegsformationen der Nationalsozialisten und Kommunisten zuerst die demokratische Mitte zerrieben und dann selbst zum Endkampf um die Macht in Deutschland antraten, gab es bei der Stadt Wolsk etwa 750 Kilometer südöstlich von Moskau unter dem Tarnamen Tomka den geheimen Kampfmittelversuchsplatz der Reichswehr und der Roten Armee, hier das deutsche Personal. Und im fernen Kazan, der Stadt an der Wolga etwa 720 Kilometer Luftlinie östlich von Moskau befand sich die geheime Panzerschule Kama, in der Hitler spätere Panzerführer auf russischen Panzern ihre erste Ausbildung erhielten. Auch unterhielt die Reichswehr die geheime Fliegerschule und der Probungsstätte in Lippesk etwa 400 Kilometer südöstlich von Moskau. Über Jahre hinaus fand ein reger Offizieraustausch zwischen der Reichswehr und der Roten Armee statt. Auch der 1937 nach einem Schauprozess in Moskau erschossene Oberbefehlshaber der Sowjetarmee Michael Nikolajewitsch Turaschewski hatte an den deutschen Generalstabsreisen teilgenommen. Umgekehrt gewährte die Rote Armee deutschen Generalstäblern Einblick in neuartige Entwicklungen russischer Taktik wie zum Beispiel den Massenabwurf von Fallschirmspringern im Rücken der gegnerischen Front. Als Generaloberst von Hammerstein Eko im November 1930 an die Spitze der Reichswehr getreten war, fand die Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und Deutschland auch ihren vertraglichen Niederschlag. Es wurde ein gemeinsamer Feldzugplan gegen Polen ausgearbeitet. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten erörtert, wie Deutschland und Sowjetrussland im Falle einer Kriegsausweitung militärisch und wirtschaftlich zusammenarbeiten könnten. Diese Zusammenarbeit wurde 1933 durch Hitlers Machtübernahme noch keineswegs beendet. Die beiden Generalstäbe blieben in Verbindung, mochten sich die herrschenden politischen Ideen auch noch so widersprechen und die jeweiligen führenden Staatsmänner noch so sehr öffentlich befähden. Reichskriegsminister Werner von Blomberg kannte diese Zusammenarbeit und billigte sie. Die großen Empfänge in der sowjetischen Botschaft zu Berlin endeten zumeist, wenn die Vertreter der westeuropäischen und angelsächsischen Großmächte sich verabschiedet hatten mit einer feuchtfröhlichen Verbrüderung der deutschen und russischen Offiziere. Es ist überliefert, wie am 7. November 1934 Herr von Blomberg sein Glas mit funkelndem Krimsäck erhob und seinen russischen Kameraden mit den Worten zutrank. Zitat Zitat Ende Erst von 1935 an kühlten sich die Beziehungen ab. Das Resultat ist bekannt. Beziehungen Beziehungen und Sitz valores Vielen Dank.